Ja, moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Anpfiff in der MAP Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr. Wir erwarten rund 2400 Holsteinfans vor Ort. Und ja, bitte beachten, es wird vor Ort keine Tageskasse für die Gäste geben. Ja, und dann zum sportlichen Teil. Ich begrüße unseren Cheftrainer Marcel Rabe auf dem Podium. Marcel, wie schaut das personell vor dem Gastspiel in Stuttgart aus? Ja, schönen guten Morgen. Die Langzeitverletzten sind, glaube ich, klar, die ausfallen. Louis Holpi kommt dazu, der hat immer noch Rückenprobleme, konnte die Woche nur in der Welt trainieren. Bernhardson fällt aus, hat muskuläre Probleme. Das ist eingeblutet, deswegen kann man die genaue Diagnose noch nicht stellen, aber der fällt auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Kalle Johansson ist wieder im Trainingsbetrieb, den muss man vorsichtig aufbauen, ist eine Option für den Kader, aber wird auf jeden Fall nicht von Anfang an spielen. Und so stellt sich die Situation dar. Ja, danke Marcel. Dann kommen wir jetzt zu den Kollegen von der Presse und wir starten mit Andreas Geidel vom Kicker. Ja, moin Marcel und Basti. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, logischerweise über die Gegentorflut. Jetzt 21 Gegentore, jetzt geht es nach Stuttgart. Die sind jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie offensiv schwach wären. Gibt es da eine spezielle Strategie, die ihr ausgetüftelt habt? Ich sag mal als Beispiel, obwohl Grundordnungen ja bekanntlich nicht besonders elementar sind. Rückkehr zur Viererkette oder sowas mit Doppel-Sechs, irgend sowas in der Art. Ja, grundsätzlich machen wir uns immer Gedanken vor jedem Spiel, weil wir in jedem Spiel Tore vermeiden wollen. Aber es spielt halt immer auch einen Gegner mit, wo die Qualität dann auch einfach deutlich besser ist wie letztes Jahr. Ich glaube, wenn man jetzt unser Spiel anguckt gegen Union Berlin, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir defensiv brutale Probleme haben und dass der Gegner irgendwie unzählig viele Chancen hat. Die Gegentore müssen wir besser verteidigen. Es ist immer so. Müssen wir auch daran arbeiten, analysieren wir auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich alles in Frage stellen. Und trotzdem schauen wir euch auch einen Gegner an und überlegen uns, auf deine Frage zurückzukommen, ob wir jetzt mit Vier oder mit Fünf spielen. Das überlegen wir uns schon, weil es ist ja den Stein gemeißelt, dass wir immer mit Fünf verteidigen. Also die Gedanken sind auf jeden Fall da. Dann machen wir weiter mit Matthias Herrmann von Kille Nachrichten. Ja, nochmal ein bisschen zur Personalsituation. Sagt es Louis Holtby, fällt aus. Nun steht ja ein paar Tage später direkt das nächste Spiel an. Gibt es da so Optionen, also bleibt ihr im Süden und gibt es dann auch Optionen, Spieler noch nachts zu fliegen? Ne, wir kommen wieder zurück. Von dem her können wir dann bei der nächsten Reise wieder alle mitnehmen. Also von dem her, wir kommen zurück und reisen dann nach Köln. Nächste Frage, Moritz Kühn, NDR. Ja, Marcel, wir sitzen hier jede Woche Donnerstag bzw. Freitag und warten immer weiter auf diesen ersten Bundesligasieg in der Vereinsgeschichte. Wenn man so eine, ich sag jetzt mal, Negativ-Serie hat, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, das macht irgendwas im Kopf. Dann geht das Rattern los. Dann denkt man vielleicht drüber nach. Wie sieht es denn bei dir oben am Kopf aus, das Innenleben und bei den Spielern? Ja, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, es kommt ja immer ein bisschen auf das Setting an und wie man auch in die Saison reingeht. Also ich bin jetzt in die Saison gegangen und habe gedacht, mit Holstein Kiel marschieren wir durch die Bundesliga und wir hauen jetzt hier jeden Gegner aus dem Stadion. Ich bin nämlich schon in die Saison gegangen und wusste, dass es auch mal Phasen gibt, wo man vielleicht auch mal, oder wo man mehr verlieren wie gewinnen, weil das, glaube ich, ganz normal ist. Und wenn das dann eintritt, dann hat man sich darauf vorbereitet. Das ist, glaube ich, psychologisch falsch, weil das ist nicht so. Aber dann geht man anders damit um, als wenn das irgendwie aus dem Nichts kommt. Und ich glaube, man muss die Spiele analysieren. Und ich würde hier sitzen und wäre, glaube ich, irgendwie aufgewühlt, wenn ich Woche für Woche denken würde, wir haben keine Chance. Wir kommen nicht mit, die Gegner sind zu gut. Irgendwie sehe ich nicht so. Wir verlieren die Spiele auf jeden Fall. Deswegen fehlt auch was. Aber ich sehe jetzt nicht Gegner, die uns irgendwie komplett auseinandernehmen. Und deswegen ist das einfach ein Prozess, wo wir drin sind. Das ist, glaube ich, langweilig. Das will vielleicht auch irgendwann mal keiner mehr hören. Aber es ist einfach so. Und darauf war ich eingestellt und jetzt sind wir mittendrin. Und ich sehe die Spiele und sage, es fehlt nicht viel. Und jetzt kommt eine neue Aufgabe mit einer neuen Chance, den Sieg einzufahren. Willst du gleich anschließen? Eine Nachfrage noch. Wie verarbeitet man sowas? Ist man da froh, dass man zu Hause Familie hat? Ja, was heißt verarbeiten? Verarbeiten ist natürlich relativ einfach. Man guckt das Spiel und überlegt, was war gut, was war schlecht. Dann zieht man einen Strich drunter und dann ist das Spiel verarbeitet. Das Spiel nämlich vorbei. Und das andere ist so, wie man selber damit umgeht, mit der Situation. Nochmal, es ist Fußball. Das ist ein Spiel. Es geht nicht um Leben und Tod. Man muss abschalten. Das muss jeder für sich Mittel finden. Aber ich sehe mich jetzt nicht irgendwie, dass ich hier komplett unter Stress bin und irgendwie so in einem Stressbündel bin. Also überhaupt nicht. Wir haben ein gutes Trainerteam. Ich habe eine gute Familie. Ich kann das selber relativ gut einschätzen, ob ich Entspannung brauche oder mehr Anspannung brauche. Also da komme ich schon gut mit klar. Da muss sich keiner Sorgen machen. Dann geht es weiter mit Arne Schmuck vom SAZ. Ja, moin erst mal. In Stuttgart haben wir in dieser Saison schon Mainz, Hoffenheim und auch Sparta Prag gepunktet. Also Mannschaften, die per se vielleicht schwächer eingeschätzt werden. Ist Holstein genauso gut wie Sparta Prag oder weniger Lachs gefragt? Sind das Ergebnisse oder Spiele, aus denen ihr für euch irgendwas ableiten könnt? Zum einen muss ich sagen, wenn man Holstein hier mit Sparta Prag vergleicht, das ist schon sehr weit hergeholt. Also so weit sehe ich uns noch nicht. Bei allem Respekt, was wir hier geleistet haben. Aber so weit sehe ich uns dann doch nicht. Aber natürlich guckt man Spiele an. Oder wir gucken immer Spiele an. Natürlich guckt man auf die Spiele, die Mannschaften, die da Punkte geholt haben, die da gewonnen haben. So, was machen die? Wie ist der ihr Ansatz? Kann man das übertragen? Ist das auch was, was zu uns passt? Das ist auf jeden Fall. Und deswegen fahren wir auch da hin. Aber es ist bei jedem Spiel so, mit einer Überzeugung, dass wir eine Idee haben, wie wir das Spiel gewinnen können. Aber ganz klar ist natürlich auch, wenn wir gegen VfB spielen, brauchen wir eine Top-Leistung, eine Top-Energie auf dem Platz. Einen guten Zusammenhalt, einen guten Support von unseren Zuschauern. Wobei der ist eigentlich immer gegeben. Der wird auch wieder gegeben sein, um da was zu holen. Nochmal Andreas Geidel vom Kicker. Ja, nochmal zurück zur kollektiven Defensivleistung. Inwieweit nehmt ihr vom Trainerstab eure Führungskräfte in eure Überlegungen mit? Inwieweit lasst ihr die daran teilhaben? Ja, nach jedem Spiel besprechen wir das Spiel mit den Spielern. Auch in Duell viel. Gar nicht nur mit den Führungsspielern. In Anführungszeichen. Also wir sind Führungsspieler. Also wir besprechen das. Und die Jungs haben schon ein gutes Gefühl, wie wir auf den Platz gehen. Und von dem her versuchen wir eine Lösung zu finden. Wir nehmen die Jungs mit. Zum Schluss entscheiden aber trotzdem wir. Ich als Trainer. Und wir sind bis jetzt immer gut damit gefahren. Noch eine Nachfrage. Bringen die sich auch mit eigenen Ideen ein? Oder hören die sich das nur an und sagen, naja, gut, okay oder sowas? Oder sind sie auch innovativ in Sachen Brainstorming, eigenes Brainstorming? Die bringen sich schon mit ein. Das, was sie auf dem Platz fühlen. Aber ich glaube, nett, dass wir jetzt über das Große und Ganze reden müssen. Also ich glaube, das Große und Ganze, da haben wir schon einen Weg für uns gefunden, Holstein Kiel. Auch mit den Spielern zusammen, wo wir was aufgebaut haben, wo wir sagen, genau so wollen wir verteidigen. So ist unsere Idee. Und dann nehmen wir halt Anpassungen vor. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Aber ich glaube, grundsätzlich, wie wir die Box verteidigen wollen, grundsätzlich, wie wir anlaufen wollen, da sind wir schon d'accord alle miteinander. Und noch mal Matthias Herrmann. Um bei den Führungsspielern zu bleiben, Louis Holtby fehlte ja auch gegen Union. Und man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, als wenn, also, ja, nicht nur die Leistung, sondern auch so ein bisschen dieses, ja, kreative Element im Mittelfeld ein bisschen fehlte. Wie sehr oder wie schwer wiegt so ein Verlust von Louis Holtby? Da sage ich ja auch immer das Gleiche. Also, Louis Holtby ist ein sehr, sehr guter Spieler mit sehr guten Qualitäten. Aber wir haben einen Kader von 23 Spielern und jeder hat die Berechtigung, bei uns auch zu spielen. Und jeder bringt sich halt anders da ein. Der eine, der hat diese Qualität, der andere hat die andere Qualität ein bisschen mehr. Jetzt kann Louis Holtby nicht spielen. Jetzt macht es keinen Sinn, darüber zu reden, was Louis Holtby uns bringt. Das wissen wir. Jetzt geht es darum, was die anderen bringen. Und auch da habe ich die volle Überzeugung, und wenn ich das Spiel jetzt auch gegen Union gesehen habe, werden wir das Spiel auch unentschieden oder gewinnen können, auch ohne Louis. Und trotzdem wissen wir alle, dass der Louis ganz viele Qualitäten hat, die gut für uns sind. Holtby? Ja, wenn man so will, haben die Störche noch nicht so viel zu essen bekommen. Zwei Punkte, also zwischen den Schnabel. Wie sehr knurrt der Magen auch bei dir? Ja, natürlich, wenn man jetzt die Saison anguckt, hat man sich schon gewünscht, dass wir jetzt mehr Punkte haben. Auf jeden Fall. Und wir haben schon Lust darauf, den ersten Dreier zu holen. Da braucht auch keiner Sorge haben. Aber zum Schluss geht es darum, sich maximal gut vorzubereiten, dass man auf dem besten Level Fußball spielt, weil das werden wir brauchen, um Spiele zu gewinnen. Und so geht es jetzt nach Stuttgart. Also wir müssen gut vorbereitet sein. Wir müssen mental gut vorbereitet sein. Wir müssen wissen, was kommt auf uns zu, was gegen Stuttgart nicht so einfach ist, weil die auch sehr viel rotieren. Aber wir müssen trotzdem wissen, wie ist die grundsätzliche Idee vom Gegner? Was wollen wir machen? Da müssen wir ganz klar sein. Und dann brauchen wir einfach eine Top-Leistung. Wir machen weiter mit Arne Schmuck. Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. Ihr spielt nur drei Tage später beim 1. FC Köln. Spielt diese Partie schon eine Rolle in der Vorbereitung oder seid ihr komplett 100% auf Stuttgart fixiert? Also bei der Mannschaft geht es nur um Stuttgart. Im Trainerteam ist es natürlich schon ein bisschen was anderes. Also wir haben Köln schon angeguckt. Wir werden es jetzt nochmal als Gruppe dann am Sonntag besprechen. Aber ich sage mal, im Trainerteam könnten wir jetzt auch schon gegen Köln spielen. Da wissen wir schon Bescheid, was die machen. Aber so in der Mannschaft ist der Fokus einfach nur auf Stuttgart. Und dann haben wir Zeit zu regenerieren. Und dann ist es eine englische Woche. Und es ist ja jetzt bei uns nicht so, dass wir so viele englische Wochen haben. Das ist mal auch eine Abwechslung, mal was anderes. Und deswegen freuen wir uns auf eine coole Woche. Gibt es weitere Fragen? Wo ist die Künnung? Ja, Stuttgart ist ja jetzt nicht so weit entfernt von deiner Heimat. Da, wo du geboren bist, da wo auch noch Familie lebt, eine Stunde. Nutzt du das mal für so eine Stippvisite? Dafür reicht die Zeit leider nicht. Aber ich werde schon einige bekannte Gesichter treffen, weil ich schon einige Kampen-Anfragen habe. Und die werden dann alle im Stadion sein. Matthias Herrmann? Das letzte Auswärtsspiel von Holstein Kiel in Stuttgart endete ja mit einem durchaus auch nicht so erwarteten 1-0-Sieg. Spielen solche Spiele irgendeine Rolle in der Vorbereitung? Oder ist das zu weit weg und man guckt auf das Aktuelle? Nee, spielt gar keine Rolle. Also ich weiß davon, wir haben ja im Trainerteam schon auch noch ein paar Leute, die schon länger bei Holstein Kiel sind. Also deswegen ist mir schon bekannt, dass das letzte Auswärtsspiel ein Sieg war. Aber das spielt jetzt keine Rolle für die Vorbereitung. Andreas Geidel? Nochmal zur regionalen Nähe. Dein eigentlicher Stammklub ist ja KSC, also Karlsruher SC. Und soweit ich da historisch, Fußballhistorische Bilde ist, ist das nicht unbedingt der Lieblingsgegner vom VfB Stuttgart. Oder die beiden Vereine sind nicht optimal miteinander befreundet, so in der Tradition. Ist das auch in deinem Kopf verankert? Da würde ein Sieg, was ja alle erhoffen, dann besonders süß schmecken. Da gibt es tatsächlich eine gewisse Rivalität, was man vielleicht im Norden nicht so weiß, aber im Süden ist es dann schon so. Ich habe sogar bei den Stuttgarter Kickers gespielt, da gibt es auch nochmal eine gewisse Rivalität. Aber das ist jetzt alles schon eine Weile her und von dem her, es gilt drei Punkte zu holen. Wir wollen den ersten Sieg für Holstein Kiel holen und das geht es um nicht mehr und aber auch nicht weniger. Ja, mit weitere Fragen? Ja, nochmal eine Schmuck. Ja, nochmal zurück zur Analyse. VfB Stuttgart hat am Dienstag bei Juventus Turin gespielt und gewonnen. Ist so ein Spiel für eure Analyse im Vorwege ein Maßstab oder guckt ihr nur auf das, was der VfB in der Bundesliga veranstaltet? Ne, wir gucken auch auf Spiele wie Sparta-Brag und auch gegen Juventus Turin. Also da guckt man schon drauf. Aber es ist, glaube ich, dann trotzdem ein Unterschied auch für den VfB Stuttgart. Als Beispiel, ob die gegen Bayern München 1 zu 1 angelaufen werden, was sie dann machen oder ob Holstein Kiel VfB Stuttgart 1 zu 1 anläuft. Also ich glaube nicht, dass ich den Jungs sagen kann, wir laufen die jetzt 1 zu 1 an und dann machen sie genau das, so wie sie es gegen Bayern München gemacht haben. Weil ich glaube, der VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel dann doch ein bisschen ein anderer Fußball spielt. Und deswegen muss man das, glaube ich, bei allem anschauen, immer ein bisschen abwägen. Was ist denn auch relevant für uns? Was können wir denn nutzen von den Bildern? Und dann müssen wir für uns einen eigenen Weg finden, wie wir gegen VfB Stuttgart spielen. Schauen wir mal in die Runde. Weitere Fragen? Das scheint, glaube ich, nicht der Fall zu sein. Ja, dann danke ich für die Teilnahme einer Pressekonferenz, wünsche allen einen schönen Tag und unseren Fans eine gute und sichere Anreise nach Stuttgart. Tschüss! Outro